Bei einem Asthmaanfall kommt es zu einer Verengung der Atemwege. Und zwar, das ist eben durch diesen Botenstoff Histamin ausgelöst, wobei das Histamin verursacht eine vermehrte Durchblutung, wodurch die Schleimhaut mehr durchblutet ist, die Gefäße werden durchlässiger, es kommt eben zu einer Ödem, zu einer Wassereinlagerung, dadurch werden die Schleimhäute dicker und geschwollen und es kommt zu einer Konstriktion, also zu einer Verengung der glatten Muskulatur, der Atemwegsmuskulatur, wodurch eben der Atemwiderstand erhöht wird, weil eben der Atemweg sich verengt. IGE sind Antikörper, die vom Immunsystem gebildet werden, und zwar eben gegen die Schleimhäute Allergene, das sind diese Stoffe, die vom Körper fremd erkannt werden und als krankheitsauslösend gesehen werden. Das sind zum Beispiel Birkenpollen, Gräserpollen, Tierepithelien, Insektengifte und auch hin bis zu Pilzsporen. Histamin ist ein Gewebsbotenstoff, der von den Mastzellen produziert wird und die Mastzellen werden aktiviert, wenn ein Allergen, eben ein krankheitsauslösender Stoff in den Körper eintritt, dann sich mit diesem IGE, dem Immunglobulin E, dem Antikörper verbindet, werden die Mastzellen aktiviert und die Granula, das sind die kleinen Bläschen in den Mastzellen, werden ausgeschüttet und das Histamin kommt in den Organismus. Und das Histamin hat dann sowohl lokale und im Worst Case, also im schlechtesten Fall natürlich auch systemische Symptome mit sich.